Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und heute geht es um eine ganz tolle und sehr wertvolle Heilpflanze, nämlich um den Beifuß. Und hier in meiner Hand, da seht ihr den mehrjährigen Beifuß, Artemisia vulgaris, findet man bei uns hierzulande recht häufig. Und die Pflanze, die fängt dann im Sommer an zu blühen, hat ganz tolle, große Blütenstände. Man kann das Kraut nutzen, man kann es trocknen, man kann aber auch eine Salve daraus machen. Und das möchten wir euch in diesem Video heute ein bisschen genauer erklären. In der Natur findet ihr Artemisia vulgaris, also den mehrjährigen Beifuß, meist an Schuttflächen, so wie hier, oder an einem Feldrand oder Wegesrand. Und man erkennt die Pflanze eben ganz toll an ihrem rot-braunen Stängel und daran, dass die Blätter von oben grün sind und wenn man sie umdreht, von unten eher so grau-weißlich sind. Und da kann man sich jetzt einfach ein paar Stängel pflücken, wenn man Beifuß verarbeiten möchte. Aber wichtig ist immer nicht, die ganze Pflanze zu pflücken. Ihr seht, da sind jetzt hier ordentlich viele Stängel gewachsen. Ich nehme mir jetzt mal drei mit. Und das reicht dann auch, wenn man mehr sammeln möchte, kann man dann bei einer anderen Stelle weitersammeln, damit die Pflanze trotzdem noch weiter wachsen kann. Denn wir sind immer dafür, für nachhaltiges Sammeln zu plädieren, damit die Pflanze nicht durch das Sammeln geschädigt wird. Beifuß wächst aber wirklich richtig viel und auch sehr üppig. Da muss man sich keine Sorgen machen, wenn man Beifuß sammeln möchte. Als Würzkraut ist der Beifuß vor allen Dingen wegen seiner Bitterstoffe sehr beliebt. Und in ihm sind aber auch Gerbstoffe, Flavonoide und vor allen Dingen ätherische Öle enthalten. Das macht den Beifuß auch so interessant für Salben. Man kann eine Salbe oder ein Öl bei Hautproblemen einsetzen, bei kleinen Entzündungen, aber auch zum Beispiel bei schweren Beinen. Und wenn ihr lieber das Kraut trocknen möchtet, dann könnt ihr Beifuß am besten vor der Blüte sammeln und dann an einem warmen, sonnigen Tag im Schatten trocknen. Am besten unter 40 Grad. Und dann könnt ihr das Kraut entweder zu fettreichen Speisen geben oder auch einen Tee machen. Ein Beifuß-Tee wird nämlich vor allen Dingen bei einem unregelmäßigen Zyklus empfohlen. Er kann die Menstruation fördern. Aber Achtung, Schwangere und Kinder sollten keinen Beifuß-Tee trinken und auch keinen Beifuß als Gewürz nutzen. Möchtet ihr äußerlich ein Beifuß-Öl machen, dann geht das ganz einfach. Ihr nehmt dazu den Beifuß, Artemisia vulgaris, gebt ihn in ein großes Schraubglas oder wir haben hier so ein spezielles Gefäß, um Salben und Öle zu machen. Und dann übergießt ihr das Ganze einfach mit einem Olivenöl beispielsweise und lasst das zwei bis drei Wochen durchziehen. Am besten auf der Fensterbank an einem sonnigen Ort. Und wichtig ist, dass ihr keinen Deckel drauf macht und dann habt ihr, wenn ihr die Pflanzenteile abseit, so ein Beifuß-Öl. Wenn das dann fertig ist, dann könnt ihr auch natürlich den Deckel drauf machen. Aber solange das Öl auszieht, sollte kein Deckel drauf, weil sonst kann sich Schimmel bilden. Und wir haben hier so ein Salben-Öfchen, da rühren wir immer wieder um. Da brennt jetzt eine Kerze und durch die sanfte Wärme werden die Inhaltsstoffe aus dem Beifuß ans Öl abgegeben. Und dann hat man eben die wertvollen Inhaltsstoffe im Öl drin und kann sie sich dann eben auf die Haut auftragen. Bevor es mit dem Video weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Diese Videos, die wir für euch kostenlos zur Verfügung stellen, sind nur möglich, da ihr uns in unserem Kräuterhexen-Onlineshop unterstützt. Und falls ihr auf der Suche nach einem tollen Kräuterbuch seid, dann schaut doch mal bei uns im Kräuterhexen-Onlineshop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de vorbei. Dort findet ihr zum Beispiel unser beliebtes Wildkräuterbuch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, was euch ein Grundlagenwissen der wichtigsten hierzulande zusammelnden Wildkräuter und Heilpflanzen bietet. Darin sind aber auch tolle Rezepte und viele Anregungen, wie ihr die Wildkräuter bei euch zu Hause nutzen könnt. Ihr findet dort aber auch zum Beispiel unser tolles Brennnesselbuch mit einzigartigen Aufnahmen zur Brennnessel oder unsere beiden Kinderbücher. Denn wir haben Kräuterwissen für die ganze Familie aufbereitet und möchten der ganzen Familie das Kräuterwissen näher bringen. Und falls ihr Lust habt, in unseren Magazinen zu stöbern, wir haben auch eine tolle Wildkräuterreihe mit verschiedenen Magazinen, die jede Saison neu erscheinen. Auch die findet ihr in unserem Kräuterhexen-Onlineshop. Und falls ihr das ganze Jahr über den Überblick behalten wollt, welche Kräuter man denn im jeweiligen Monat findet, dann ist unser Saisonkalender für Wildkräuter ideal für euch. In großem Format, den DIN A3, kann er zum Beispiel bei euch in der Küche oder im Flur hängen und bietet euch auf einen Blick immer einen genauen Überblick, welche Kräuter es gerade draußen in der Natur gibt. Also wir freuen uns, wenn ihr bei uns im Kräuterhexen-Onlineshop vorbeischaut. Und jetzt geht es weiter. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr lieber eine Salbe machen möchtet, dann geht das auch ganz leicht. Dazu könnt ihr mit eurem fertigen Beifuß-Ölauszug einfach noch etwas Bienenwachs hinzugeben und dann das Ganze zu einer Salbe verrühren. Ihr solltet dazu beides nochmal leicht erwärmen, also den Ölauszug und auch das Bienenwachs, so lange bis das Bienenwachs geschmolzen ist. Das geht zum Beispiel auch ganz toll in so einem Salbenöfchen und wenn sich alles vermengt hat, die Bienenwachs-Pastillen nicht mehr zu sehen sind, dann könnt ihr die Salbe in kleine Tiegel umfüllen, warten bis sie kalt ist, dann den Deckel zuschrauben und dann die Salbe im dunklen Keller aufbewahren. Da hält sie sich mindestens ein Jahr und kann dann ganz toll bei kleinen Verletzungen auf der Haut aufgetragen werden. Also gerade wenn man so Verletzungen von der Gartenarbeit hat, da mache ich das super gerne und auch bei sehr, sehr trockener Haut, aber auch bei kleinen Rissen. Wenn die Haut droht sich zu entzünden, dann ist die Beifuß-Salbe ein ganz tolles Hausmittel. Die Beifuß-Salbe wurde übrigens so intensivgrün, weil wir nicht Artemisia vulgaris dafür verwendet haben, sondern Artemisia annua. Und das ist der einjährige Beifuß und diese Pflanze, die ist besonders intensiv und eine sehr, sehr interessante Heilpflanze. Dazu haben wir auch in unserem Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr schon etwas geschrieben. Und diese Pflanze, die findet man wild leider kaum in Deutschland. Man kann sie aber anbauen. Wir haben hier im Frühling Samen ausgesät. Artemisia annua ist ein Lichtkeimer. Also Achtung, die Samen nicht zu tief in die Erde. Und wir ziehen die immer im Haus vor und setzen sie dann nach den Eisheiligen ins Freie. Und dann wachsen bis zu zwei Meter hohe Pflanzen, die dann ganz tolles, sehr intensiv duftendes und auch sehr bitteres Kraut entwickeln. Was machen wir mit dem einjährigen Beifuß? Der einjährige Beifuß ist bei uns sehr wichtiger Bestandteil der Hausapotheke. Wir trocknen das Kraut dann im Spätsommer und das sieht dann so aus. Also das wird dann wirklich ganz schonend getrocknet. Wir achten strikt darauf, dass es unter 38 Grad getrocknet wird, das Kraut, damit auch die ätherischen Öle erhalten bleiben. Und dann hat man hier so ein ganz toll duftendes Kraut und da kann man sich dann zum Beispiel einen Tee daraus zubereiten. Der ist sehr, sehr interessant in der Erkältungszeit. Und es gab auch einen Nobelpreis für diese Pflanze, denn Artemisia annua wird unter anderem stark beforscht, wenn es um Malaria geht, aber auch wenn es um andere Krankheiten geht. Und diese Pflanze, die war auch sehr, sehr interessant, gerade in den letzten Jahren. Da könnt ihr euch mal informieren. Also es ist wirklich eine ganz spannende Heilpflanze, die man nicht so leicht findet. In der Natur kaum, wie ich schon gesagt habe. Und wenn man sie anbaut, dann braucht man ein bisschen Vorlauf, denn es dauert halt seine Zeit, bis die Pflanze gewachsen ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr könnt nicht nur das Kraut trocknen, ihr könnt dann eben auch, wie gesagt, einen Ölauszug daraus machen, eine Salbe herstellen oder auch eine Tinktur. Das machen wir auch regelmäßig. Und diese Tinktur, die könnt ihr dann statt den Blättern oder dem getrockneten Kraut nutzen. Artemisia annua bedeutet einjährig. Deswegen auch der einjährige Beifuß. Das Anua steckt also schon im Namen mit drin. Und diese Pflanze, die kommt ursprünglich aus China und Vietnam und ist auch deswegen in der traditionellen chinesischen Medizin eine sehr, sehr wichtige Heilpflanze. In ihr sind mehr als 600 Inhaltsstoffe. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Neben Aminosäuren, Eisen, Mangan, Calcium und Zink sind eben vor allen Dingen die ätherischen Öle so interessant. Aber auch Antioxidantien und eben Bitterstoffe, das merkt ihr, wenn ihr die Pflanze mal probiert habt, sind darin enthalten. Und der Hauptwirkstoff, der ist so interessant. Das ist das Artemisinin. Und dieser Wirkstoff, der wurde auch schon reichlich erforscht. Da gab es sogar 2015 einen Nobelpreis. Und der Wirkstoff wird erfolgreich gegen Malaria eingesetzt. Das Artemisinin ist hauptsächlich in den Blättern enthalten. Und deswegen macht es Sinn, diese Blätter vor der Blüte dann zu pflücken. Dann ist der Gehalt an Artemisinin am höchsten. In unserem Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, da findet ihr auch die Salbenrezepte. Und ihr seht mich auch hier bei der Ernte, wie ich Artemisia annua gepflückt habe. Also die Pflanze, die wird richtig groß. Hier seht ihr mich mit Artemisia vulgaris. Auch der mehrjährige Beifuß, der darf bei uns im Garten in keinem Jahr fehlen. Also wenn ihr mehr über den Beifuß erfahren wollt, dann findet ihr in unserem Buch hilfreiche Tipps und Rezepte dazu. Wir hoffen, das Video war lehrreich für euch. Und wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen möchtet, dann abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da und kommentiert gerne, wie ihr dieses Video fandet oder was ihr mit dem Beifuß macht. Darüber freuen wir uns sehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.